Hallo miteinander, mein Name ist Ivo Müller, ich bin Polymechaniker und habe 2020 meine Lehre abgeschlossen bei der Bucher Hydraulics. Drei Stichworte, die meinem Beruf recht gut beschrieben sind Präzision, Technik und Handwerklich. Mein speziellstes Arbeitsgerät ist eigentlich meine Fräsmaschine. Diese kann ich mit meinem Computer eigentlich auf ein Tausendstel Millimeter genau bedienen. Für meinen Beruf sollte man unbedingt technisch interessiert sein und man sollte auch ein bisschen handwerklich geschickt sein. Besonders gerne arbeite ich Teile, die es vorher noch nie gegeben hat, also einfach etwas komplett Neues sind.